Ok, mein Lieben, guten Morgen! Jetzt sind wir wieder hier. Ok, super, heute ist Montag, 23. März, wie in der Ecke das hier sieht. Schau mal, ich werde jetzt hier den Leuten und den neuen Leuten, neuen Klassen hier das nicht erklären, wie wir uns organisieren. Bleibt organisiert, weil sonst kriegen wir das nicht hier. Also, ich könnte es mir nicht vorstellen, wie das mein Zimmer schon jetzt hier aussieht. Also, wie das jetzt hier in zwei Wochen aussehen wird, das werde ich schon mal sehen wollen. Ok, gut. Also, unser erstes Thema ist unser Motto. Das müssen wir ändern, ja. Das alte Motto kennen wir. Bacon. Was ist unser Motto? Genau das, ja. Ok, da siehst du das. Ein respektvoller Umgang mit mir selbst, ja. Gut, das werden wir jetzt erweitern. So, da ist es. Und dann lautet das folgendermaßen. Ein respektvoller und achtsamer Umgang mit mir selbst, ja. Was heißt achtsam und wachsendachsamkeit, ja. Das ist eine kleine Hausaufgabe. Heute Abend bei dem Abendessen oder morgen bei dem Frühstück redest du mit deiner Mama, Papa. Was heißt das für mich, für dich, für dich achtsam zu sein? Ok? Gut. Einige Erwachsene hier reden über unterschiedliche Sachen. Es gibt ein kleines Beispiel. Wir müssen zum Beispiel darauf achten, dass wir, wenn wir rausgehen oder irgendwo hingehen und anderen treffen, dann 1,5 Meter Abstand halten sollten, ja. Also, dann sollten wir immer achtsam darauf sein, dass wir diese Entfernung behalten. Okay. Also, das war's. Ihr müsstet das jetzt hier nicht abschreiben. Ich fotografiere das und lege ich hinter dem Video, ja. Und dann geht es weiter. Also, bis später. Bis später. Bis später.